Hahahaha, Alter! Hahahaha! Hahahaha! Einfach komm runter in ne... Was geht, Freunde, der Ausmett? Wir switchen rüber und let's rock! Ich hab mal versucht, wieder den Untertitel anzumachen, da ich immer mal Nachrichten krieg, dass ich bitte den Untertitel anschalten soll. Aber ich sag mal jetzt schon, wie es ist, das macht hier keinen Sinn. Der kommt wieder nicht nach oder so. I'm a Fallen! Get ready for the future of Obstacle Cross Battle Royales. Hi, Hawk! Krimadie Frog, here! Oh! Wow! Ja gut, so geht das auch, weil Falkai es nicht ab. Okay, doch! Oh, ja, so ungefähr haut das hin! Hahahaha! Das ist Falkai aber... Das ist so Falkai auf Wisch bestellt, Mann! Hahahaha! Oh, Alter, der Hals ist durch! Hahahaha! Ist das ne Heule! Hahahaha! So mach ich mit die Ohren mal! Hahahaha! Hahahaha! Oh! Oh! Was? Was? Das steht als Untertitel Musik! Hahahaha! Was hat der alles einsteckt, Alter? Mamma mia! I'm a looking for... Oh! Oh, oh! Nein, nicht die Buch von Peach! Mario! Help me! Wieso schleppt die ne Toilette mit sich rum? Hahahaha! Die Fresse! Oh, oh! Hahahaha! Oh, er gibt... Er gibt die Krone für Pizza, Alter! Ist der dumm! Oh nein! Hahahaha! 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 Ja, was macht er wohl mit der Krone? Hahahaha! Er frisst so! Er frisst so! Er frisst so! Er steht mit nem Moped da drin! Im Schloss! Wie ist der ne Treppe hoch gekommen? Hahahaha! 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 Jetzt dreht sie voll durch! Mario! Oh! Ich wollt grad sagen, Mario gibt die Krone hin und der Donkey Kong kriegt Ärger, Alter! Jetzt kommt zau zu Mario! Whoa! Hana! I am looking for a new Crash. Häh? 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 studied in World's Wag עם Obstake porque With all your favorites like egg-scrambler, frut-shoot, spinning doors and many, many more! JESiße! O... Hahahaha! O- Hem, party pizza... Oh! Ohiu... Allesếpを見測け! O-! Wegmacher! Vor allem sind da den Teletubbies mit da und Crash, Alter und der Stein von Marken oder... Und Vegeta steht da einfach mit rum! Da steht einfach Vegeta! Ja, wie schnell drehen sich die Dinger, Alter, da kommen sie gar nicht vorbei! Weet, merciful crap! I see you've come to die! Die sterben jetzt alle! Und, Vegeta? Okay, Mario hat schon verloren. Er fällt einfach runter! Oh, freig, Alter! Vegeta kämpft! Wenn das bei Falka es wirklich geben wird, einfach jemand runterzutreten. Ich glaube, da wird in den Spiels nicht alle nur gegenseitig rumtreten. Ich hasse das schon, dass man da andere festhalten kann. Ha, 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 ha! Pieper, Blüte! Oh! Klingel! Ha, 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 ha! Voll Schummeleier! Aua! Hey, hurry up already! Oh, you're so good! Ha, ha! Ha, ha! Just kidding, baby! Oh! Das würde mich allerdings lieben! Ha, 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 ha! Ich hab, ich hab bei Falka schonmal, weil da stehen immer welche am Ziel und winken und winken und warten, bis der Letzte kommt, damit die schnell reinspringen können. Da hab ich ganz frech einfach mal den festgehalten, ne? Hab gewartet, bis da oben nur noch eine Person reingehen, hab ich den losgelassen und bin selber auch schnell reingesprungen. Ich glaub, der hat vor Wut seinen Controller in den Monitor reingeschmissen, Alter! Ha, 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 ha! Oh, oh! Ha, 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 ha! Ha, 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 sehr gut! Einfach wie so ein Skateboard! Oh, Alter, das geht ja ab, wenn Falka ist wirklich so wert, dann wär's wie hier. Junge, da brennt einfach. Ja, ich glaub, das würd ich ihm in dem Moment auch fragen, Alter. Ja, ist klar, Alter, ist klar. Special Move. Aua. Oh, oh. This is sickening. And then there's Junge is dead. Die Tür klatsch rein vorrunter. Let's go. Oh, Alter, ja. Sehr gut. Deswegen hab ich Ronald McDonald früher nie verstanden, wenn der so spricht. Kein Wunder. Okay, so geht's. Oh, Mama. So geht's natürlich auch. Es ist die beste Methode. Es ist die beste Methode, verletzt ins Ziel zu kommen. Ich meine, wenn man nicht verletzt ist, hat man keine Kratzer, aber sonst. Junge. Ganz schön brutales Spiel, Alter. Hab ich noch nie so drüber nachgedacht, wie brutal das Spiel eigentlich ist. Und noch immer warte ich auf die Switch-Version, die einfach nicht rauskommt. Wobei, jetzt brauch ich die Switch-Version eigentlich auch nicht mehr, weil mein Steam-Deck hab ich ja reserviert. Das kann ich im Dezember vorbestellen. Und dann hab ich's ja, dann kann ich's auch auf den Ding spielen. Was soll ich denn noch auf der Switch damit? Oh, oh. Oh, Mama. Junge, ich dachte, das scheiße ist jetzt ein Riesen-Ei. Nö, es wird Prodiker Yoshi, Alter. Ja. Einfach mitgefressen. So ein Spiel hatte ich noch nie, wo du zur Krone musst. Mein finales Spiel war immer das, wo du auf den Eisblöcken läufst. Oder was auch immer das sein soll. Und die nach und nach einbrechen. Da hab ich's sogar schon einmal gewonnen. Aber sowas kam noch nie. Alter. Einfach den Kopf runter in der Schulter. Wenn das ein Ecken ist. Alter. Ja, ich stehe vor der Krone und mache einfach erst mal einen Tans, statt weiter hinzurennen. Würde ich auch so machen. Oh, oh. Hey, what are you doing? What's going on here? Oh, Mann. Voll mies. Oh, oh. Ja, oh, Mario. Oh, da ist ein Loch. Jetzt weiß ich endlich mal, was da ganz unten im Boden ist. Das ist bestimmt ein Boden ohne Loch. Oh, oh. Oh. Ganz ernstes Thema hier. Ja, das bringt's auf jeden Fall, da wieder rauszukommen. Oh, oh. Oh, ja, Mama mia. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist das nicht von Mario Party ne Musik? Alter, übertreib halt! Oh, der Fürst hier, Alter! Oh nein! Mamma mia! Oh oh! Das passiert als mit dem runtergefallenen Fallgeist! Oh scheiße! Ich erinnere mich grad an so ein Spiel, das es mal gab, wo wenn du verlierst, das Spiel vorbei ist. Du kannst es dann nie wieder spielen. Was war denn das für ein Spiel? Auf jeden Fall, wenn du in den Spiel folgst, das war ein Online-PVP-Spiel, verlierst du in den Spiel, dann ist es vorbei. Dann kannst du das Spiel nie wieder spielen. Das war so, als ob ich 40 Euro dafür ausgebe, dass ich es dann, weil mich einer abknallt, nie wieder spielen kann. Das ist doch total bescheuert! Ich glaube, du hattest aber drei Leben bei dem Spiel, ich weiß es nicht mehr. Ein gefundenes Fressen für alle Hacker, die Aim-Bots anhaben und Wahlhack. Ja? Schön! Auf so ne blöde Idee zu kommen, ey! Was ist der langs? Oh, he's a pretty cool booleanus. MAMA! Woo, hoo, hoo, hoo! Woo, 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 woo! Okie dokie! Hahaha, not yet. Hahaha, oh nein! Oh nein! No fuck! Hahaha! Where, eu-y, wo-y! Ach, da kommt... Sehr gut. Ach so werden die Kostüme also hergestellt. Uh, ganz ernste Sache hier. Oh ja. Soll das eigentlich eine Anspielung auf EA sein? Das kommt mir gerade so vor. Hey, Stoogie! Nein, nicht! Oh. Oh, oh. Es rennt weg. Yes, maus. Oh, oh. Alter, das ist ein geiles Fall. Warum gibt es das Level nicht im Fallgein, Mann? Das ist geil. Das ist mal... Das ist mal ein Level für Erwachsene. Alter. Oh, ja. Geiler Schritt. Na gut, das war ein Reflektor. Das war richtig mies, Mann. Das war geil. Ja, ja. So hat es natürlich leicht. Das stimmt. Das war mies, Alter. Das war richtig mies, Mann. Das war geil. Oh, wie willst du das hier noch kommen? Oh, oh. Das Ding hebt doch gleich ab, Alter. Oh, wow, wow, wow. Das war so, dass du da hochkommst. Hey, Stinky. Wie es alle so Mario-Sound-Effects beim Springen machen, Alter. Jetzt kommt's zu allem, was halten ist das dumm. Scheiß mich, Alter. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oha. Die hupen auf den, tropft man auf den Skin. Das ist ne Arsch-Rakete oder was? Oh, oh. Oh, oh. Er nutzt nen Glitch. Oh, das ging schnell, Alter. Das war ja kein Chins. Das war ein Glitch. Hey, Stinky. It's time for you to die. Oh, oh. Na ja, so Gruppen-S ist auch mal geil. Oh, oh, oh. Dumm. Oh, das mit dem Schweif-Clown-Hassel. I'm in a Blatter-Boss. Oh, oh, oh. Please give me Huggy-Wuggy's. Oh, boo. No. Was zum Teufel? Oh. Oh. Okidoki. Haha, gotcha. Oreo. Oh, oh. Wie das aussieht, oh. Oh, das war's. Jetzt hat die ja trotzdem ihre Krone mich, oder? Ei. Ach so, aber geiles Video, Mann. Das war richtig hässlich. Wenn euch das mir gefallen hat, lasst doch ein Like damit, nicht getan, abonnieren. Die sind verabschiedet. Und mit damit, aufs. Und mit damit, aufs.